159 Beutnitz ist ein Ortsteil der Gemeinde Gollmsdorf im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen. Geografie Etwa ein Kilometer östlich vom Hauptort Gollmsdorf liegen Häuser des Ortsteils Beutnitz direkt am Ufer des Flüsschensgleise sowie entlang der Landesstraße 2307. Das Gleisetal wird von den Südhängen des Tautenburger Forstes und den Nordhängen des großen Gleisberges eingefasst. Geschichte Am 29. Mai 1219 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Einst führte ein Zweig der mittelalterlichen Handelsstraße bei der Wüstung Hummelstedt über die Saalefurt aus Richtung Erfurt kommend durch den Ort und weiter in Richtung Bürgel über Gleisefurt nach Altenburg. Es gab im Ort auch eine Wassermühle. Den Edelsitz in Beutnitz besaßen im 15. Jahrhundert Berthold und Karl von Techwitz, deren Gräber in der Kirche sind. Weitere Besitzer waren Heinrich und Veit Dietrich von Hohlbach, die das Gut an die Herren von Lichtenhain vermachten. Im 1836 erschienenen historisch-topografisches Taschenbuch von Jena und seiner Umgebung von J. C. Zenka steht, dass der Ort mit der Wüstung Mollwitz-Naurer-Golmsdorf gegenüber am linken Ufer der Gleise. E. I. N. E. Gemeinde in bürgerlicher und kirchlicher Hinsicht bilden. Sie zählen 67 Häuser, von denen etwa 12 auf Naurer kommen, und 302 Einwohner. Unter Heinrich Reus von Plauen zu Ronneburg gehörte Beutnitz wie Gollmsdorf zum Schloss Gleisberg laut Originalurkunde vom J. 1377 in der Gemeinde zu Beutnitz. Am 2. Oktober 1905 wurde das Eisenbahnteilstück Eisenberg-Postendorf mit einem Bahnhof in Beutnitz in Betrieb genommen und 1969 eingestellt. Jetzt wird der Bahndamm nach Umbau als regionaler Radwanderweg genutzt. Kirche, St. Trinitatis